Wie zahle ich mit Krypto in die Vivi App ein und wie zahle ich es über Krypto wieder aus der Vivi App aus? Dieses Thema werden wir heute behandeln. Kurz und knapp für dich auf jeden Fall da draußen. Wenn du in Zukunft auf jeden Fall keinen Content, was Vivi und auch Ikumi verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal. Ich mache täglich Videos hier über Vivi und Ikumi mit den wichtigsten News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch wirklich rein hier in das ganze Thema. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle mit Crypto Pay In. Wenn du natürlich nur Crypto Pay Out jetzt an dieser Stelle wissen möchtest, dann spule einmal bei dem Time Frame einfach vor. Dann findest du das hier auf jeden Fall im zweiten Part des Videos. Ja und starten wir erstmal mit Crypto Pay In. Du musst natürlich dafür überhaupt erstmal Crypto besitzen. Das ist denke ich ganz klar. Du musst insgesamt einer dieser fünf Tokens haben, um das Ganze einzuzahlen. Und zwar nämlich entweder Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC oder auch Binance USD bzw. BUSD. Im ersten Schritt müsst ihr euch über die Web App anmelden. Wer das Ganze jetzt über die normale App auf dem Handy versucht, der wird gelegentlich scheitern, denn dort werdet ihr nämlich nichts dazu finden. Ihr müsst wirklich auf die Web App, das heißt an den PC, an den Laptop, wo auch immer ihr euch damit anmelden könnt. Dann müsst ihr euer Wallet öffnen. Das heißt, ihr geht auf My Wallet beim Profil und dann auf Get More Gems. Ihr könnt das unser Ganze auch nochmal anschauen. Hier, so sieht das Ganze dann aus. Dieses Feld habt ihr dazu an dieser Stelle. Als nächsten Schritt gebt ihr natürlich erstmal hier euer Mount an, was ihr haben wollt. Und dann könnt ihr entweder mit Kreditkarte hier bezahlen oder mit Cryptocurrency. Wir wollen jetzt natürlich aber mit Crypto bezahlen. Deswegen klicken wir hier an dieser Stelle auf Next. Und jetzt hier auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, was auf jeden Fall die Kryptowährungen angeht. Wenn ihr Bitcoin verwendet, könnt ihr es über die Bitcoin Blockchain senden. Alle anderen Tokens sind ja ERC20 Token. Also verwendet dort bitte auf jeden Fall kein anderes Netzwerk als Ethereum, um die anderen Coins wie BUSD, USDT, USDC und auch natürlich Ethereum zu senden. Denn ansonsten kommen tatsächlich die Kryptowährungen auf der falschen Adresse an und dementsprechend bekommt ihr dann auch eure Gems nicht. Anschließend erhaltet ihr auf jeden Fall den erstmal aktuellen Marktpreis und den Umrechnungstarif für diesen Kauf. Außerdem bekommt ihr den Betrag des Tokens, den ihr senden müsst, um die Zahlung abzuschließen. Für alle Crypto-to-Gem-Transaktionen wird eine Gebühr von 3% erhoben. Das heißt, hier müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen extra zahlen. Außerdem kurze Anmerkung an dieser Stelle. Dieser ganze Tarif wird insgesamt für 15 Minuten live sein. Das heißt, er wird sich nicht verändern. Wenn ihr über diese 15 Minuten geht, dann bekommt ihr entweder mehr oder weniger Gems. Je nachdem natürlich, wie sich der Preis an dieser Stelle dann entwickelt hat. Wenn ihr damit dann zufrieden seid mit dem Preis, dann bekommt ihr per E-Mail einen QR-Code. Mit natürlich der zuständigen Wallet-Adresse bzw. einem QR-Code, wo die Kryptos dann hingesendet werden sollen. Sobald ihr dann dort diese Transaktion getätigt habt, dann geht ihr zurück auf die VW Web App und geht dort auf das Feld I have my Payment. Ihr werdet dann zusätzliche Anweisungen sehen und was euch damit erwartet. Abhängig von der verwendeten Kryptowährung oder natürlich der Netzwerkbelastung. Zu diesem Zeitpunkt können Transaktionen mehrere Minuten dauern. Ihr erhaltet eine E-Mail von Wired. Das ist in dem Fall der Zahlungsdienstleister. Sobald die Zahlung eingegangen ist und kann einige Zeit dauern, bis die Gems zu eurem Konto zugeschrieben werden. Sobald die Kryptotransaktion abgeschlossen ist, bekommt ihr dann natürlich die Gems auf euer Wallet gutgeschrieben. Die ganze Bearbeitungsdauer kann manchmal bis zu 10 Stunden dauern. Wenn das Ganze über 10 Stunden geht, dann meldet euch auf jeden Fall bitte beim Vivi-Support. Dann muss irgendwas passiert sein. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich sollte das Ganze in unter 10 Stunden auf jeden Fall dann auf eurem Wallet sein. Es ist natürlich an dieser Stelle nicht der schnellste Weg. Mit der Kreditkarte geht also wirklich in Sekunden. Also hier muss man dann auf jeden Fall wissen, was man will. Beziehungsweise muss man auf jeden Fall wissen, wie lange das Ganze dann auch wirklich braucht. Ja, kommen wir nun zu dem Part Vivi-Auszahlung. Wie zahle ich denn jetzt überhaupt mit Krypto aus? Das werden wir auf jeden Fall jetzt in diesem Part des Videos besprechen. Und dafür werde ich euch natürlich auch wieder den Medium-Artikel unten in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal selber durchlesen. Hier fangen wir natürlich aber erstmal beim Profil und dann unter Payout an. Dort könnt ihr natürlich dann erstmal hier euren Payout-Amount eingeben, wie viel ihr denn überhaupt auscashen wollt. Eine ganz kurze Ergänzung hier auf jeden Fall zu dem Artikel. Gegen Ende des Jahres wird hier das Minimum-Amount, was ihr auszahlen müsst, auf 500 Gems reduziert. Das heißt, ihr müsst mindestens 500 Gems im Wallet haben, um dann minimum 100 Gems auszuzahlen. Es war davor so, dass du mindestens 1000 Gems besitzen musstest, um mindestens 100 Gems auszuzahlen. Das hat sich jetzt wie gesagt geändert. Und ich gehe auch davon aus, dass es sich im kommenden Jahr tatsächlich nochmal ändern wird, beziehungsweise eher nach unten korrigieren wird. Jetzt fangen wir auf jeden Fall damit an. Hier kannst du natürlich dann erstmal unter Payout-Typ, kannst du natürlich erstmal auswählen, was du überhaupt auszahlen möchtest. Hier kannst du an dieser Stelle BTC, Ethereum, USDT, Binance USD und natürlich den normalen Bank-Transfer auswählen. Wir wollen jetzt zum Beispiel aber mit Bitcoin auszahlen, dann wählen wir natürlich hier Bitcoin aus. Anschließend klickst du dann hier einmal in dieses Feld und gibst dort dann natürlich deine Bitcoin-Adresse ein, auf die du das Ganze haben möchtest. Dann bekommst du hier nochmal eine kurze Übersicht über die gesamte Transaktion. Das heißt, erstmal überhaupt, was ist auf jeden Fall hier an Auszahlvolumen dabei? Wie hoch ist überhaupt die Fee? Was würdest du dann auf jeden Fall auch Cash wahrscheinlich auf dein Bankkonto bekommen? Was ist der Payout-Typ? Wo steht der Bitcoin gerade? Bei welchem Preis cashst du das Ganze aus? Und natürlich deine Bitcoin-Adresse, um das Ganze hier nochmal wirklich zu verifizieren, beziehungsweise nochmal zu prüfen, ob diese Adresse wirklich stimmt. Was ganz wichtig ist an dieser Stelle, die Fee's siehst du an dieser Stelle schon betragen an dieser Stelle 10%. Das sind tatsächlich aber nur die normalen Fee's. Wenn du jetzt das tatsächlich über den internationalen Bank-Transfer machst, dann wirst du tatsächlich hier nochmal von der Bank selbst Fee's bekommen, beziehungsweise dann nochmal Fee's erhalten. Das kann dann nochmal so in etwa 3-4% sein, die dann nochmal von dem Ganzen abgezogen werden. Das ist aber ganz unterschiedlich, wie dann auch der Umrechnungskurs an dieser Stelle ist, wie das natürlich auch deine Bank verarbeitet. Anschließend klickst du dann natürlich auf Y-Draw und dann wird dir das Ganze ausgezahlt. Eventuell musst du das Ganze auch nochmal zwei Faktor autorisieren, aber ansonsten kommt auf jeden Fall nichts mehr auf dich zu und die Bitcoin sollten dann in den kommenden Stunden auf deinem Wallet sein. Insgesamt kannst du 50.000 Gems an dieser Stelle aus der VWR-Browse wollen, beziehungsweise natürlich eure Kryptowährungen rausholen in den sieben Tagen und wenn das natürlich das übersteigt, dann wirst du natürlich ermahnt und kannst das Ganze nicht mehr auszahlen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und gefallen hat, dann gibt es dem ganzen Video sehr gerne ein Like und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, wünsche ich dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. 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 Ciao.